ich habe jetzt keine lust das laut vorzulesen ihr könnt ja kurz pause machen das selber lesen machen wir das ja ok speichern wir mal und würde ich sagen gehen wir mal rein du weißt ja ich weiß das auch immer gern müssen müssen wir durch den raum laufen und dann wieder durch die tür was ist das was so stein der mystik okay na wie soll nicht 1234 heftig ach ja so ich glaube ich muss da lang ich bin mal noch weiter runter mal schauen wo wir da hinkommen vielleicht finden wir hier noch irgendwas was wir gebrauchen können wie weit ist denn noch runter okay doch irgendwas das ist doch noch eine tür was ist das hier und das keine ahnung ich kann das hier auch nicht öffnen doch wo geht es hier sie haben öffnet ach hier geht's raus okay hier sind wir noch nicht schlecht da wollen wir ja nicht hin wir wollen ja ganz woanders hin und so zu dieser komischen arena falsche richtung so jetzt müssen wir wieder treppen hochlaufen boi immer diese laufwege 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 lauf 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 so und durch was ist das was das ok ok mit b integrieren ahja wie soll das gehen ach und nochmal zack nein falsche richtung na gut sollte auch loslassen bevor ich da was mache ja nö ist klar lauf und zack drin wird noch noch klettern können ach ne ach hochkletter wieder darum irgendwo ist da noch eine aber wo zumindest ist hier eine vielleicht oben davon ich hab's nur gerade nicht gesehen äh was haben wir denn da so schönes wie schlecht ach das sind die hier ok ok geht doch man soll daran klettert und macht das nicht ist klar ups ja ja so ach nö so blöd kann unnötig sein ehrlich man 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 was hop hop bewegt dich bewegt deinen Arsch hop so geht doch und jetzt sehen wir drüben aber wo ist die truhe keine ahnung keine ahnung vielleicht als für kann ja auch sein ich wollte wie gesagt ich weiß das ja nicht sind wir da wo wir hin sollten ja ich glaube ja ja wir sind da siehe da ein herausforderer betritt die arena doch was sucht er nur absolution durch den ton nein dieser hier lebt noch ruhe wer soll uns berichten sprich herausforderer ich bin hier euren champion zu besiegen so prahlen alle herausforderer doch die meisten gehen unter qualen ihre seelen aus der existenz verbrannt und unser champion dadurch umso stärker genug holt euren champion ja ja dieser hier hat macht genug macht um zu tun was er will aber unser champion ist kein köter der nach belieben gerufen werden kann du musst ihn herlocken dieser alter bewahrt seine macht die seelen all jener die er erschlagen und verschlungen hat drei lebenssteile müssen darin platziert werden dann wird unser champion sich erheben ja ne ist klar erst mal suchen um den rufen zu können ja ist klar wieso denn nicht machen wir das mal was gibt es hier schönes gar nichts ach hier komme ich wahrscheinlich runter mehr aber nicht ok gehen wir hier hoch ups das war zu weit zur seite das ist schon wieder zu blöd dazu ich bin meistens echt zu blöd dazu ehrlich so naja würde ich mal sagen dann wollen wir mal ne suchen gehen toll ach kann man das nicht einfacher machen ja ist klar wieso nicht nein 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 achso ah zack ah zack rüber da und drunter rutschen wenn wir uns das ding noch so komm mal ich bin da rüber und fallen da runter wo wir sowieso hin müssen wahrscheinlich ähm was haben wir da gerade noch bekommen äh ui ja komm zack 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 so oh wieder was da wo wahrscheinlich wieder nix rauskommt kennt man ja schon was ist das oh hier geht auch kaputt cool ist aber nix drin so zack ah ein krank gut ja toll kann ich nicht mehr tragen auch gut wieso nicht zack haben wir mal alles schrotten yay gegner auf die fresse ja war ja klar ja komm ihr geht mir auf den sack ihr geht mir auf den sack ach komm ihr nervt so war es das nö war ja klar das ist doch normal dass das nicht so fort geht ja komm ja mehr ein bisschen leben holen durch den durch den auch nochmal bam 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 und super aufgestiegen zack ja hier nervt komm du auch weg du noch weg und fertig so schwer war es noch nicht ja level aufgestiegen mal wieder verteilen wir mal den punkt für jeden durch enter getroffene find weeper energie die weeper energie um acht poppetroffenen feind okay zack ich weiß doch gar nicht wie hochmann steigen kann wie viel man verteilen kann würde ich ja noch sehen speichern kaputt ach ja bestimmt tauchen hier gleich irgendwann wieder gegner auf mal schauen dann kommen wir sowas wieder hey was ist das denn ha kaputt kümmer gut ja ist klar was ist das ja ne ist klar zack zack bam noch mal kaputt machen haben wir denn hier noch irgendwo was oder wahrscheinlich das einzige eben na gut haben wir wieder was bekommen ist dann vielleicht noch irgendwas anderes wenn er ist ja ich weiß du kannst nicht naja da kommt man auch irgendwie durch oder auch nicht ach so das ding war ja noch stimmt ja da war ja was na guck mal zack es geht ja nur leider so rauszuholen ja und bomben oh ist kaputt gegangen wie soll ich hier denn jetzt hochkommen ach da kann ich das also greifen meins drücke b um die gegenseite zu platzieren ach das wahrscheinlich sind dinge was ich brauche was passiert wenn ich das nur platziert gar nichts das brot wahrscheinlich ich weiß es nicht so obwohl war dann mal das ist eigentlich wenn ich das aber hier drauf platzieren dann kommen wir in meinem kopf hier nämlich weiter naja nicht wirklich ne doch vielleicht so naja das haben wir hier oben ok wahrscheinlich muss ich mir das gleich so wiederholen brauchen wir wahrscheinlich um den da unten zu platzieren gleich so still hier echt so hier kann es haben brauche ich nicht zack zack öffne dich so hier geht das auch ne warte mal ich muss mir erst mal hier land ach da geht es nicht ok ja da ist nicht so ein kurzer stein wo bin ich